Bis jetzt haben wir vor allem vorne rotiert, nach 65 Minuten, so XX oder Ben Yelmlappa oder Patrick Ehrmann, Igor Kamago oder Mike Anke. Das hat bis jetzt fast immer etwas gebracht, gut funktioniert und wir werden bis 14. Dezember so machen, denke ich. Sie haben einen guten Lauf, sind sehr effizient, sehr kompakt und viele Torschancen auswärts zu Hause. Wenn du 3-1 gegen Leverkusen gewinnt, auswärts 3-1 in Hoffenheim, das meint etwas, das ist klar. Und ich denke, es war nicht einfach, das zu behalten. Man hat gedacht, ja, das ist nicht so einfach, wenn man das Tor sieht. Und Marc ist nur 20, nur einmal, das vergessen wir. Und das ist ein zweites Jahr und er hat ein unglaubliches Potenzial. Und ich denke, er macht trotzdem eine sehr, sehr gute Saison bis jetzt. Luc de Jong hat mit dem Reha-Trainer bis jetzt auf dem Platz schon trainiert. Er wird wahrscheinlich ab Donnerstag mit der Mannschaft, mit seiner Kollegen wieder trainieren. Erste Training seit ein paar Wochen.